Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin heute hier zu Gast und möchte euch Staatsanleihen erklären, zumindest im ersten Teil dieses Videos. Da ich 13 Abonnenten auf einem eigenen Kanal habe, gehe ich einfach mal davon aus, dass ich so Fan bin, dass mich jeder kennt. Also können wir uns das mit dem Vorstellen sparen und legen gleich los mit dem heutigen Thema, wozu dienen Staatsanleihen. Und beginnen mit Punkt 1. Staatsanleihen sind ein Tool, um den Kontostand vom Staat zu erhöhen. Wann möchte der Staat seinen Kontostand erhöhen? Wenn er Ausgaben tätigen möchte, aber kein Geld hat. Wenn er Ausgaben tätigen muss, aber kein Geld hat. Dann wird er seinen Kontostand mittels einer Anleihe erhöhen. Wann möchte er Ausgaben tätigen? Beispielsweise, wenn er neue Straßen bauen möchte. Wann muss er Ausgaben tätigen? Beispielsweise, wenn er alte Anleihen tilgen muss. Und das macht er mit einer neuen Anleihe. Im sogenannten Umweltverfahren werden also alte Anleihen mit neuen Anleihen getilgt. Dafür muss der Staat auch seinen Kontostand erhöhen, damit er die Tilgung dann leisten kann. Wir werden uns jetzt ausführlich den ersten Fall anschauen, was passiert, wenn der Staat beispielsweise Straßen finanzieren möchte mittels einer Anleihe. Weil das wesentlich interessanter ist, weil hier viel mehr in den Bilanzen passiert. Und deswegen schauen wir uns das an. Wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr auch den leichteren Fall verstanden, was passiert, wenn der Staat so eine olle alte Anleihe mit einer neuen Anleihe bedienen möchte. Das ist also wesentlich einfacher. Schauen wir uns dann auch noch an. Wir haben also jetzt festgestellt, okay, der Staat wird eine Anleihe herausgeben, um seinen Kontostand zu erhöhen. Aber wer kauft diese Anleihe eigentlich? Man hört immer wieder in den deutschen Medien, der Kapitalmarkt finanziert den Staat. Und wenn der Kapitalmarkt nicht mehr möchte, dann ist Deutschland pleite und die Welt geht unter. Ja, das hat nur einen Haken. Das ist falsch. Weil der Kapitalmarkt kann den Staat nicht finanzieren. Das ist technisch vollkommen unmöglich. Weil der Kapitalmarkt hat ja gar kein Konto bei der Zentralbank. Deswegen habe ich die Bilanz auch leer gelassen. Und der Staat tätigt all seine Ausgaben in Zentralbankgeld. Das heißt, der Staat braucht Zentralbankgeld. Und das wird er sich von jemandem holen, der Zentralbankgeld liefern kann. Und das kann der Kapitalmarkt nicht. Ja, wir sind da was auf der Spur. Wir können diesen alten Mythos beiseite legen. Aber von wem bekommen wir denn jetzt das Geld? Da gibt es eine Bietergruppe von Banken. Ja, eine Bietergruppe von Banken, die lizenziert dazu ist, auf Staatsanleihen zu bieten. Und von diesen Banken bekommen wir dann das Geld auf unser Konto als Staat gutgeschrieben. Und diese Bietergruppe werden wir uns jetzt genauer anschauen. Und ich habe extra noch einen Problemfall eingebaut, dass man sieht, wo das Geld wirklich herkommt. Und bevor wir jetzt weitermachen, schauen wir uns ein solches Emissionsprospekt einer Anleihe mal etwas näher an. Hier ein schön einfaches. Wir haben hier eine Staatsanleihe. Wir haben ein Nominalvolumen. Wir haben einen Nominalzins. Und wir haben eine Laufzeit. Und wir sehen das Ganze jetzt mal aus der Sicht einer Bank. Und da kann ich euch eine Sache sagen. Banken denken immer in Cashflows. Ja, Banken überlegen sich genau, okay, wie sieht der Cashflow einer Anleihe aus? Und dann überlegen sie, wie viel ist mir das Ganze wert? Also wir denken jetzt mal hier als Bank. Nominalvolumen. Was ist das Nominalvolumen? Das Nominalvolumen ist das, was man am Ende als Bank, als Tilgung bekommt. Das heißt, die Bank weiß hier, okay, ich bekomme am Ende der Laufzeit der Staatsanleihe 100 Euro. Und die Staatsanleihe läuft ein Jahr. Das heißt, die Bank weiß hier, in einem Jahr bekomme ich 100 Euro Pilgung. Und dann gibt es noch den Nominalzins. Ich bekomme des Weiteren 1% Zinsen. Das ist immer ein Jahreszins. Also in einem Jahr bekomme ich noch 1 Euro Zinsen. Der Cashflow sähe also folgendermaßen aus. In T1 in einem Jahr bekomme ich 101 Euro gezahlt vom Staat. Und jetzt überlegt die Bank, wie viel ist mir das Ganze wert? Wie viel ist mir der Cashflow 101 Euro in einem Jahr wert? Und sie kann beispielsweise sagen, ich zahle dafür 100 Euro und 50 Cent. Oh na no. Plötzlich haben wir zwei verschiedene Zinssätze. Der Zinssatz, der sich durch den Kurs der Anleihe, durch den Preis der Anleihe bildet, den die Bank bereit ist zu zahlen, beträgt ungefähr 0,5%. Das ist der sogenannte Effektivzins. Und dann haben wir ja noch den Nominalzins. Das ist einfach der Zins, der im Prospekt steht, der ja den Cashflow ausmacht. Jetzt haben wir aber ein Problem. Den Kapitalmarkt haben wir schon ausgeschlossen. Jetzt hat aber die Bietergruppe Banken nicht genügend Zentralbankgeld. Zentralbankgeld 0 Euro. Und deswegen kümmern wir uns jetzt einfach mal darum, neues Zentralbankgeld zu erschaffen. Okay? Das heißt, woher bekommt die Bietergruppe Banken jetzt das Zentralbankgeld? Bekommt sie es vom Kapitalmarkt? Nö. Der hat kein Konto bei der Zentralbank. Der kann kein Zentralbankgeld liefern. Finanziert also immer noch nicht den Staat. Was ist denn da los? Ja, wo bekommt man das Zentralbankgeld dann vielleicht her? Zentralbankgeld. Ich glaube, wir sind da was heißen auf der Spur. Von der Zentralbank. Wir bekommen also das Zentralbankgeld als Bank. Beispielsweise von der Zentralbank. Wir könnten es uns auch untereinander hin und her schieben unter den Banken. Am Interbankenmarkt wird Zentralbankgeld hin und her geschoben. Aber wir gehen vom Fall aus, dass neues Zentralbankgeld entsteht. Und das kann nur die Zentralbank. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Die Bietergruppe Banken gibt 100 Euro ihrer Staatsanleihen ab an die Zentralbank. Die Zentralbank hat also jetzt 100 Euro mehr Staatsanleihen in ihrer eigenen Bilanz plus 100 Euro. Und dafür bekommt die Bietergruppe Banken 100 Euro Zentralbankgeld von der Zentralbank. Und diese 100 Euro werden aus dem Nichts neu geschaffen von der Zentralbank. Das heißt, wir sehen jetzt hier buchhalterisch eine Bilanzverlängerung. Die Zentralbank hat jetzt mehr Anleihen in ihrer Bilanz und mehr Zentralbankgeld. Und wir sehen jetzt hier einen Aktivtausch bei der Bietergruppe Banken. Durch die makroökonomische Lupe geht hier natürlich ein bisschen was verloren. Das ist aber makroökonomisch legitim. Ich werde gleich auch nochmal auf die mikroökonomische Seite eingehen. Wir haben da ja verschiedene Kreditinstitute, die alle mit Profitorientierung auf diese Anleihe bieten. Aber wir erkennen jetzt hier schon, wir haben jetzt das nötige Zentralbankgeld uns geliehen von der Zentralbank gegen 100 Euro Staatsanleihen. Jetzt haben wir es also geschafft. Die Bietergruppe Banken verfügt über genügend Zentralbankgeld, um die Anleihe zu ersteigern. Jetzt setzen wir nochmal die mikroökonomische Brille auf. Wir haben hier in dieser Bietergruppe also nun verschiedene Kreditinstitute, die alle profitorientiert handeln und die alle miteinander in Konkurrenz stehen und die auf diese Anleihen bieten. Und wie in jedem Auktionsverfahren bekommt der Höchstbietende zumindest die meisten Anleihen. Und deswegen könnte es gut sein, dass diese Anleihe vielleicht sogar für 100,50 Euro über den Ladentisch geht, weil sie so attraktiv für die Banken ist. Wir gehen von einer einjährigen Anleihe aus. Wo läge dann der sogenannte Effektivzins? Die Bank muss nun 100,50 Euro bezahlen. Der Kontostand vom Staat würde sich um 100,50 Euro erhöhen und bekommt in einem Jahr 100 Euro Tilgung plus 1% Zins zurück. Der Effektivzins läge dann ungefähr bei 0,5%. Deswegen weicht der Effektivzins häufig vom Nominalzins, von dem Zins, der im Emissionsprospekt steht, ab. Dass man das also auch nochmal verstanden hat. Wir gehen jetzt der Einfachheit halber einfach mal davon aus, dass diese Anleihe genau für 100 Euro über den Ladentisch geht. Nun nimmt das Zentralbankgeld hier wieder um 100 Euro ab in der Bietergruppe und die Staatsanleihen nehmen wieder um 100 Euro zu. Und nun ist die Anleihe neu tatsächlich kein Fragezeichen mehr, sondern wir haben sie versteigert. Wir finden sie jetzt hier in der Bilanz. Ich war nochmal für euch hier speziell ausgewiesen, dass man es erkennt und haben jetzt hier einen Kontostand über 100 Euro. Weil wir also diese Anleihe an die Bietergruppe versteigert haben. Wo hat die Bietergruppe nochmal das Zentralbankgeld her? Ja, von der Zentralbank. Also es wurde neues Zentralbankgeld geschaffen von der Zentralbank. Und dieses Zentralbankgeld ist jetzt über die Bietergruppe Banken beim Start angekommen. Nun sehen wir, die Bietergruppe Banken hat jetzt kein Zentralbankgeld mehr. Das ist jetzt hier komplett beim Start angekommen. Muss die Bietergruppe Banken jetzt komplett auf dieses Zentralbankgeld verzichten? Überlegen wir mal. Eine Bank vielleicht schon, aber wir haben ja die makroökonomische Brille auf. Und wir sehen, dieses Zentralbankgeld wird wieder zurück in das Bankensystem kommen. Warum? Der Staat gibt keine Anleihe aus, nutzt dieses Tool nicht, um seinen Kontostand zu erhöhen, wenn er das Geld nicht ausgeben möchte. Das heißt, der Staat wird dieses Geld jetzt beispielsweise ausgeben, um Bauarbeiter zu bezahlen, die eine Straße für ihn gebaut haben. Und dann reduziert sich der Kontostand vom Staat natürlich wieder und er bezahlt damit den Bauarbeiter. Der Bauarbeiter hat jetzt das Konto bei einer Bank. Der Staat kann aber nur ein Zentralbankgeld bezahlen. Also er schickt das Zentralbankgeld jetzt an die Bank. Zack, ist es da wieder. Hier im Bietergruppen-System oder im Bankensystem generell natürlich. Das ist jetzt eine Vereinfachung und die Bank schreibt das Ganze jetzt hier noch auf dem Konto des Unternehmens gut, das die Straßen gebaut hat. Das heißt, das Zentralbankgeld wäre jetzt hier wieder im Bankensystem angekommen, weil der Staat logischerweise das Geld wieder ausgibt, weil er sonst sein Kontostand ja gar nicht erhöht hätte. Gehen wir noch kurz auf das Umweltverfahren ein. Denn angenommen, es laufen 100 Euro Staatsanleihen aus, ja, der Staat muss diese 100 Euro Anleihen, die auslaufen, jetzt ja bedienen, tilgen. Und das macht er genau, wie wir es gerade auch gesehen haben. Er erhöht seinen Kontostand mit einer neuen Anleihe. Der Prozess ist genau der gleiche, den ihr gerade gelernt habt. Und dann hat er jetzt 100 Euro auf dem Konto und kann die alte Anleihe tilgen über eine neue Anleihe. Er muss also eine neue Anleihe imitieren, um die alte Anleihe zu tilgen. Jetzt geht es darum, eine bestimmte Frage zu klären. Wer profitiert eigentlich von den Anleihezinsen? Wenn man nach bestimmten Crash-Propheten geht, dann sind die Anleihen ja gut für den armen Mann, der seine Rentenversicherung hat oder Lebensversicherung hat, wie hier Hans-Werner Sinn schreibt in der wundersamen Geldvermehrung. Bin noch mittendrin, verratet mir nicht, wie es ausgeht. Und dass also die armen Menschen hier von diesen Anleihezinsen ja profitieren, die sich hier schwer ihre Rente aufbauen und dass das deswegen sozusagen schlecht ist, wenn keine Anleihezinsen bezahlt werden. Und diese Frage werden wir jetzt beantworten. Wer hat überhaupt Anleihen? Und welche Zinsen werden von den Anleihezinsen beeinflusst? Also ist das wirklich gut für diese armen Menschen, wie die Crash-Propheten meinen, wenn da gute Zinsen auf die Anleihen bezahlt werden? Oder ist das doch vielleicht eher schlecht? Das schauen wir uns jetzt mal genauer an, indem wir uns ganz genau anschauen, welche Zinsen hier beeinflusst werden. Schauen wir uns mal den Interbankenzins an. Das ist der Zins, zu dem sich Banken Zentralbankgeld leihen. Und wir haben hier ein Beispiel. Bank A verfügt über 100 Euro Zentralbankgeld zu viel. Bank B verfügt über 100 Euro Zentralbankgeld zu wenig. Didaktisch ein schön einfaches Beispiel. Bank B hätte jetzt die Möglichkeit, sich das Zentralbankgeld von der Zentralbank zu leihen. Für einen Zinssatz von einem Prozent. Hauptfinanzierungszins. Bank A möchte das Zentralbankgeld irgendwo parken und hätte die Möglichkeit, das Geld für einen Einlagezins von 0% bei der Zentralbank zu parken. Gut. Soweit? So gut. Jetzt überlegt die Bank B aber. Hm, warte mal. Die Bank A hat ja 100 Euro Zentralbankgeld zu viel. Und ich frage die einfach mal, ob sie mir das Geld für einen Zins von 0,5% leiht. Und vielleicht würde die Bank A sagen, das passt mir irgendwie nicht. Das Risiko ist höher. Aber für 0,7% leicht ihr das Ganze. Und Bank B würde sagen, okay, ist immer noch besser, als wenn ich das in der Zentralbank bekomme. Und so bestimmt sich dann der Interbankenzins. Und der Interbankenzins beeinflusst maßgeblich, welchen Zins ihr für Tagesgeld bekommt. Das heißt, die Banken orientieren sich an dem Interbankenzins, um zu bestimmen, wie viel Zins sie Kunden für Tagesgeld bezahlen. Denn jeder Kunde, der Geld auf das Konto einer Bank überweist, bringt immer Zentralbankgeld mit, wenn das Geld von einer anderen Bank kommt. Gehen wir nochmal ganz kurz das Beispiel durch, dass ihr also wisst, warum dieser Zins, den wir uns gerade angeschaut haben, den Zins beeinflusst, den Banken für Tagesgeld für Kundeneinlagen bezahlen. Wenn ein Kunde der Bank A einem Kunden der Bank B 100 Euro überweist, dann überweist die Bank A der Bank B 100 Euro Zentralbankgeld und die Bank B erhöht den Kontostand des Kunden um 100 Euro. Also hier kämen 100 Euro Zentralbankgeld der Bank A an und sie würden den Kontostand von dem Kunden um 100 Euro reduzieren. Die Bank A würde den Kontostand von dem Kunden, der das Geld überwiesen hat, um 100 Euro reduzieren und würden 100 Euro Zentralbankgeld verlieren. Also über die Kundeneinlagen kommen die Banken an Zentralbankgeld. Und weil sie Zentralbankgeld brauchen, um beispielsweise bestimmte Regeln einzuhalten, zahlen sie dem Kunden bestimmte Zinsen, dass sie also das Geld vielleicht auf dem Konto mal liegen lassen, dass es einfach attraktiv ist, bei der Bank Geld einzubezahlen. Und gleichzeitig sehen wir, wie sich dieser Interbankenzins bestimmt. Die Zentralbank setzt sozusagen eine Obergrenze. Zu diesem Zinssatz bekommt ihr das Geld von mir. Mehr wird niemals eine Bank bezahlen. Also die Bank B würde der Bank A niemals 2% bezahlen, weil wir sagen, okay, hier gehe ich halt zur Zentralbank, ist mir doch egal. Und gleichzeitig einen unteren Zins. Das heißt, die Bank A würde der Bank B niemals Geld für minus 0,1% Zinsen leihen, weil sie kann das Geld ja auch jederzeit bei der Zentralbank anlegen. Das heißt, die Zentralbank kann schon mal einen Korridor schaffen, welcher bestimmt, zu welchem Zins sich Banken maximal und minimal Zentralbankgeld untereinander leihen. Und jetzt überlegen wir mal, wie sie sogar bestimmen kann, wo in diesem Korridor der Zinssatz liegt. Und das geht über unsere Anleihen. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Und das könnt ihr jetzt sehr gut nachvollziehen nach dem erworbenen Wissen. Jetzt ist die Realität leider ein bisschen komplexer als unser einfaches Beispiel mit zwei Zinssätzen. Da gibt es nämlich drei Zinssätze. Also Marc Friedrich wäre jetzt raus. Und wir schauen uns einfach mal an, was hier genau passiert. In schwarz, da sehen wir den Interbank Zins. Also das ist der Zins, zu dem sich Banken Geld leihen. Und jetzt sehen wir hier in rot den Hauptrefinanzierungszinssatz. Das ist der Zins, zu dem man sich von der Zentralbank Geld leihen kann. Und wir sehen tatsächlich, dass dieser Zins, zu dem sich Banken Geld leihen, teilweise ein bisschen darüber lag. Der Mittelwert geht hier ein bisschen manipuliert, sage ich jetzt mal, dadurch, dass die Zentralbank zwei verschiedene Zinssätze hat. Einmal die Spitzenrefinanzierungsfazilität, sagt das dreimal hintereinander. Das ist der Zins, wo man sich noch so ein bisschen später von der Zentralbank Geld leihen kann, als zur Hauptrefinanzierungsfazilität. Deswegen ist das Ganze hier so ein bisschen unscharf. Aber wir sagen einfach mal, dass die meiste Zeit der Interbankenzins ungefähr hier bei der Hauptrefinanzierungsfazilität lag. Also die meiste Zeit haben sich Banken untereinander das Geld geliehen, ungefähr für den Zinssatz, für den sie das Geld bei der Zentralbank bekommen hätten. Ja, hier ein bisschen unscharf durch diese zwei Zinssätze. Natürlich möchten Banken sich immer besser stellen und leihen sich das Geld nur für etwas weniger von einer anderen Bank, als sie sozusagen bei der Zentralbank bezahlen müssten. Hier leider ein bisschen unscharf durch zwei verschiedene Zinssätze. Aber was hier vor allen Dingen interessant ist, die meiste Zeit lag also wirklich dieser Interbankenzins ungefähr bei dem Zinssatz, für den man sich bei der Zentralbank Geld leihen kann. Und dann plötzlich, ja nach 2009, eine andere Entwicklung. Die Zentralbank hat neue Finanzinstrumente entwickelt, beziehungsweise aus Japan übernommen. Und dieser Zins, zu dem sich Banken Geld leihen, fiel hier auf die Einlagefazilität, also auf den Zinssatz, zu dem man Geld bei der Zentralbank parken kann. Und wie kann die Zentralbank jetzt sozusagen beeinflussen, dass der Zins im Interbankenmarkt von hier oben auf hier unten fällt? Sie versorgt die Banken mit genügend Zentralbankgeld. Stellt euch mal vor, alle Banken haben genügend Zentralbankgeld, außer ein ganz paar vielleicht. Das heißt, alle Banken wollen ihr Zentralbankgeld irgendwo mit guten Zinsen parken, aber sie finden gar keinen Abnehmer dafür, weil alle Banken über genügend Zentralbankgeld verfügen. Ja gut, dann fällt natürlich der Zins, zu dem man das Geld loswerden möchte, ungefähr auf diesen Einlagezins. Man sucht irgendeine Bank, die noch ein bisschen mehr bezahlt als die Zentralbank und man findet nur ganz wenige Banken, die überhaupt mehr bezahlen. Und dann fällt der Zins. Aber in einem System, wo relativ wenig Zentralbankgeld da ist, wo die Banken das Zentralbankgeld unbedingt haben, da bezahlen sie fast so viel, wie sie bei der Zentralbank bezahlen müssten. Und das ist hier die Entwicklung, wie die Zentralbank einmal durch ihre Zinssätze beeinflussen kann, wie hoch der Interbankenzins ist und gleichzeitig durch Anleihe, Einkäufe und Verkäufe beeinflussen kann, wo sich der Zinssatz sozusagen in diesem Korridor befindet. Also nochmal vereinfacht gesagt, kauft die Zentralbank viele Anleihen und spürt Zentralbankgeld in den Markt, fällt hier diese schwarze Linie von oben rot auf unten grün von Hauptrefinanzierungsfazilität auf Einlagezins und verkauft die Zentralbank Anleihen. Dann steigt hier diese schwarze Linie wieder auf die Hauptrefinanzierungsfazilität. So kann die Zentralbank also einmal durch ihre Zinssätze den Korridor bestimmen, zu dem sich Banken Geld leihen und durch die Anleihenkäufe sogar die Höhe des Zinssatzes innerhalb des Korridors stark beeinflussen. Die entscheidende Frage gilt es nun zu beantworten. Sind Anleihezinsen wirklich etwas Tolles, wie die Crash-Propheten sagen, weil die armen Leute ja vor allen Dingen in Lebensversicherungen und Rentenversicherungen sparen und die in ihren Portfolios vor allem Staatsanleihen haben. Und wenn da hohe Zinsen bezahlt werden, dann profitieren die armen Leute ja extrem von diesem hohen Zinsumfeld und deswegen müssen Anleihen immer gute Zinsen abwerfen. Naja, wenn es die Crash-Propheten sagen, dann wird es ja wahrscheinlich falsch sein. Also schauen wir uns das Ganze mal kritisch an. Schauen wir uns erstmal die Bilanz der privaten Wirtschaft an, die Geldbilanz der privaten Wirtschaft. Die private Wirtschaft verfügt über mehr Geldvermögen als Geldschulden. Das muss man erstmal kritisch hinterfragen, denn Geld entsteht immer durch Schulden, Geld entsteht immer durch Kredit. Also warum gibt es hier einen Saldo? Der Saldo sind die Staatsschulden. Also die private Wirtschaft hat mehr Einlagen als Kredite aufgrund der Staatsschulden. Der Staat erhöht durch seine Schulden das Netto-Geldvermögen der privaten Wirtschaft. Und wenn man das so hört, sagt man, okay, die private Wirtschaft hat mehr Geldvermögen als Schulden und wenn die Zinsen jetzt steigen, dann könnte tatsächlich die private Wirtschaft davon profitieren. Naja, die Kredite sind ja auch immer teurer als die Einlagen. Die Banken sind ja profitorientiert und dann stimmt das Ganze schon mal eher nicht. Aber ein Verteilungsproblem erkennen wir immer noch nicht. Und deswegen müssen wir uns jetzt mal die Zinsstrukturkurve anschauen. Werden wir etwas konkreter mit der privaten Wirtschaft und schauen uns dann auch mal die langfristigen Zinsen an. Die private Wirtschaft betrachten wir hier eigentlich ohne die Banken. Weil dann kann man nämlich ganz klar sagen, dass die private Wirtschaft mehr für Kredite bezahlen muss, als sie für Einlagen bekommt. Banken sind profitorientiert, das hat ja super geklappt. Banken sind profitorientiert und sie kümmern sich immer darum, dass mehr Zinsen reinkommen als rausgehen. Ja, das heißt, wir wissen, dass die private Wirtschaft ohne Banken immer mehr Zinsen bezahlt, als sie bekommt. Und deswegen ist es jetzt interessant, wem die Banken gehören. Also wer profitiert eigentlich davon, dass die Banken über diesen Zinsunterschied Gewinn erwirtschaften? Den Aktionären gehören die Banken natürlich. Und wir wissen, dass Zinsargument ist, den armen Leuten gehören die Staatsanleihen. Das ist auch schon absurd. Aber den reichen Leuten gehören ja die Banken. Und die Banken profitieren von einem hohen Zinsumfeld, weil der Unterschied zwischen der Aktiv- und der Passivseite wird immer größer mit steigendem Zinsumfeld. Das heißt, wenn das Zinsumfeld steigt, dann wird der Unterschied zwischen den Einlagen und den Gedippten noch größer. Und das Geld landet vor allen Dingen bei den Aktionären. Gut, wir machen aber mal weiter, weil das reicht noch nicht. Das ist zwar ein gutes Gegenargument, aber es gibt noch weitere gute Gegenargumente. Wir sehen hier eine Zinsstrukturkurve, abgeleitet aus deutschen Staatsanleihen. Wir sehen eine normale Zinsstrukturkurve, weil die langlaufenden Anleihen mehr Rendite abwerfen als die kurzlaufenden Anleihen. Und diese Zinsstrukturkurve ist eine Art Blaupause für Banken, was vergebene Kredite angeht und auch was langfristige Einlagen angeht. Es gibt dieses typische 7-Jahres-Sparen bei der Sparkasse. Und wenn die Sparkasse beispielsweise sieht, okay, 7-jährige deutsche Staatsanleihen bringen 2% Zinsen pro Jahr, dann zahlen wir vielleicht 1% Zinsen pro Jahr für diese 7-Jahres-Einlage. Das bedeutet, bei den Einlagen ist diese Zinsstrukturkurve eine Obergrenze für die Zinsen. Und bei der Gedippvergabe ist diese Zinsstrukturkurve eine Untergrenze für die Zinsen. Angenommen, ein Kunde möchte eine Hypothek über 10 Jahre aufnehmen für ein Häusle und die Bank sieht, okay, deutsche Staatsanleihen bringen 3% Zinsen pro Jahr, dann muss der Kunde 5% bezahlen. Da gibt es ein Ausfallrisiko, das möchte ich abgedeckt haben durch die Zinsen. Des Weiteren möchte ich natürlich Rendite haben. Das ist ja ganz klar, Banken sind immer profitorientiert, die Aktionäre wollen ja was ausgeschüttet bekommen und die Aktionäre sind kein armen Menschen, sondern gehören logischerweise eher zu den Vermögenden. Das heißt, das ganze Zinsumfeld wird beeinflusst durch diese Zinsstrukturkurve, die übrigens die Zentralbank komplett beeinflussen kann, also komplett steuern kann. Sieht man sehr gut an Japan, also auch die 10-jährigen Zinsen können hier zack runtergemacht werden von der Zentralbank. Sie muss dazu nur genügend 10-jährige deutsche Staatsanleihen kaufen. Gut, wir überlegen mal weiter. Angenommen, da ist wirklich eine ganz arme Person und die spart in ihrer Rentenversicherung, sie hat aber auch noch Kredite am Laufen. Und es werden ja nicht nur die Einlagen besser oder die Staatsanleihen im Besitz der privaten Wirtschaft, sondern auch die Kredite werden teurer. Das heißt, im steigenden Zinsumfeld werden natürlich alle Zinsen teurer und wenn man jetzt Kredite am Laufen hat, dann werden die auch teurer. Okay, wenn man fest gebunden ist, dann hat man Glück gehabt, aber wenn man jetzt einen neuen Kredit aufnimmt oder wenn man einen variablen Kredit hat, dann muss man mehr bezahlen. Und die armen Leute, die haben natürlich eher mehr Kredite als Einlagen. Das heißt, sie sind Nettozinszahler und die reichen Leute sind Nettozinsempfänger. Sie haben mehr Einlagen und mehr Vermögen, mehr Aktien auch, natürlich mehr Anleihen vielleicht sogar, als sie Kredite haben. Und sie sind Nettozinsempfänger. Das heißt, Zinsen sind immer eine Umverteilung von unten nach oben. Unten die Leute haben eher Kredite am Laufen, müssen die Zinsen hier bedienen, gehen jeden Tag hart arbeiten, damit sie irgendwie sich die Zinsen leisten können für ihr Häusle. Wenn sie überhaupt ein Häusle haben, dann sind sie schon relativ gut gestellt. Und oben die Leute, die haben Aktien, die haben Anleihen, die sind Nettozinsempfänger. Die arbeiten vielleicht auch, aber sie bekommen auch so die Kohle zugeschoben fürs Nichtstun. Genau, also das ist so das, was man sich hier anschauen kann. Damit gebe ich das Wort weiter. Ich glaube, das sind sehr starke Gegenargumente, dass die Zinsen was Gutes sind für die armen Leute. Aber jetzt gebe ich das Wort erstmal weiter. Zum letzten Punkt möchte ich gleich zuerst etwas sagen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Zinsen immer eine Umverteilung von unten nach oben sind. Das liegt daran, dass Vermögen extrem ungleich verteilt sind. Während die unteren 20% der Haushalte ein negatives Nettovermögen haben, besitzen die obersten 5% der Haushalte in Deutschland durchschnittlich über 700.000 Euro. Je weiter man nach oben kommt, desto größer wird diese Ungleichverteilung. Ähnlich sieht es bei den Einkommen aus. Das oberste Prozent hat eine Sparquote von 35%. Das bedeutet, 35% seines Einkommens kann es zurücklegen, um in Zukunft daraus Zinsen bzw. allgemeiner gesprochen Kapitalrendite zu erhalten. Die untersten 30% hingegen haben eine negative Sparquote. Sie müssen von ihrem Vermögen zehren oder Schulden machen. Und alleine schon deswegen, weil die unteren viel weniger sparen können als die oberen, bedeuten Zinsen bzw. bedeutet Kapitalrendite allgemein eine Umverteilung von unten nach oben. Nach diesen eher allgemeinen Betrachtungen über das Kapital, möchte ich jetzt den Blick auf jenen Mann lenken, der den Hauptanteil an diesem Video hatte. Den YouTuber MMT Metian. Wenn euch das, was ihr in der letzten halben Stunde sah, gefiel, dann wäre es durchaus sinnvoll, mal einen Blick in seinen Kanal zu erheischen. Kommen wir nun zurück zur Staatsanleihe und ihren Profiteuren. Wer diese sind, das wurde ja schon lang und breit erklärt. Nämlich die Banken bzw. besser gesagt ihre Eigentümer. Doch schauen wir uns das noch einmal ganz grundsätzlich an. Was passiert hier eigentlich? Nun, der Prozess der Staatsfinanzierung. Staaten besorgen sich über den Umweg des Bankensystems von der Zentralbank Geld. Die Zentralbank finanziert also die Regierung. Die eine staatliche Institution erschafft also Geld, um die andere zu finanzieren und private Akteure verdienen daran mit. Das müsste übrigens auch grundsätzlich gar nicht so sein. Es wurde ja anfangs gesagt, dass jedes Land ein Konto bei der EZB hat. Und dieses Konto muss bis zum Ende des Tages immer ausgeglichen sein. Doch wieso? Dafür gibt es keinen plausiblen Grund. Es macht ökonomisch überhaupt keinen Unterschied, ob die Zentralbank den Staaten das Geld nun über den Umweg des Bankensystems zugutekommen lässt oder ob sie es ihnen direkt gut schreibt. Man könnte die Regeln des Eurosystems auch dahingehend verändern, dass es den Staaten möglich wird, ihr Konto beliebig weit und beliebig lange zu überziehen. Das würde langfristig darauf hinauslaufen, dass die Staatsanleihe als Anlagemöglichkeit ausfiele, da Staaten ja keine Staatsanleihen mehr ausgeben müssten, sondern sich ihr Geld direkt bei der EZB besorgen könnten. Doch dies dürfte für die Kapitalmärkte verkraftbar sein. Sie könnten ja auf Unternehmensanleihen hoher Boninität umsteigen. Sie sind nicht auf Staatsanleihen als Anlagemöglichkeit angewiesen. Und auch für den Sparer würde sich nicht sonderlich viel ändern. Es gäbe weiterhin einen Interbankenmarkt und die Banken würden sich dort weiterhin Geld leihen. Und der Zinssatz, der den Sparern gezahlt würde, würde sich weiterhin an dem Zinssatz auf dem Interbankenmarkt orientieren. Ein weiterer Vorteil dieses Vorschlages wäre, dass die Diskussion um die Zinsspreads zwischen den verschiedenen europäischen Ländern sich erübrigen würde, da nun jedes Land zinsfrei von der EZB Geld erhalten würde. Da gäbe es allerdings noch ein kleines Problem, nämlich Artikel 123 des Maastrichter Vertrages, wo es heißt, Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der Europäischen Zentralbank oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten für Organe der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Europäische Zentralbank oder die nationalen Zentralbanken. Der Vertrag von Maastricht verbietet also die dauerhafte Überziehung des Kontos, das die Nationalstaaten bei der EZB haben. Aber Moment mal, wir haben doch eben gerade geklärt, dass die EZB sowieso Staatsfinanzierung nur über den Umweg des Bankensystems betreibt. Das bedeutet, dieser Artikel 123 ist gar nicht das Verbot monetärer Staatsfinanzierung. Nein, er ist die Erlaubnis für private Banken an einer örtlich öffentlichen Aufgabe mitzuverdienen. Der EZB ist Staatsfinanzierung also keinesfalls verboten, sondern es werden im Vertrag von Maastricht lediglich die Profitinteressen privater Banken geschützt und nichts anderes. Und das ist doch jetzt wirklich mal ein anderer Blickwinkel auf dieses angebliche Verbot monetärer Staatsfinanzierung, von dem viele Liberalos immer so gerne faseln. Es ist nämlich gar nicht verboten, sondern es geht einzig und allein darum, die Interessen der Reichen zu schützen und um nichts anderes. Naja, aber das war's auch schon von mir. Euch wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß dabei, wenn ihr bei MMT mit Jan vorbeischaut. Es geht um Wondet,